Jo Freunde und was geht zum Test der Funkel-Salut-Raketen? Neuheit aus dem Jahr 2019 sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Salut-Raketen drin mit 105 Gramm NEM, wir gucken uns das Ganze hier hinten nochmal an, ich weiß nicht, ob man das jetzt einigermaßen sehen kann, das schild die NEM, ja, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf und dann würde ich sagen, testen wir die einfach mal, Funkel-Salut-Raketen mit Silber-Crackling-Aufstieg, also ich bin da gespannt drauf Freunde. So, so sehen die Salut-Raketen aus mit Silber-Crackling-Aufstieg, ich bin irgendwie mehr auf den Crackling-Aufstieg gespannt als auf den Salut-Knall, aber schauen wir mal, wir nehmen wieder zwei einzelne und dann versuchen wir wieder vier auf Schlag. Die sind richtig ordentlich, am besten mal ein bisschen Abstand halten bei dem Crackling-Aufstieg, der beginnt nämlich schon am Boden. Heidewitzka, aber es gibt ja so einen kleinen Ausstoß da oben, das sieht man auf der Kamera leider nicht so gut. Na ja, der Aufstieg ist schon Crackling, sondern versuchen wir jetzt nochmal vier auf Schlag. So Freunde, die kosten 15 Euro, die kann man sich dafür auf jeden Fall mitnehmen, da habt ihr mal wirklich was ordentliches und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, bis dahin haut rein und ciao.